Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und schau dir mich wieder für euch in Battle for a Sword unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-Mand-Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Böses Blut und für dieses müssen wir Vectis in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir die Kriegsmatrone Rakali mit der Seuchenbombe infiziert haben. Als allererstes, wo haben wir die Kriegsmatrone Rakali? Die befindet sich quasi auf dem Weg, wo ihr zu Vectis reingeht. Geht ihr nicht rechts zum Vectis rein, sondern ihr lauft links in dem Weg, der noch versperrt ist, hier wo es zu Zul geht. Ihr seht, jetzt laufen wir hier wieder zu Vectis rein, haben einmal die Kriegsmatronin gepullt. Sie ist quasi gegenüberliegend zu der Einbuchtung, wo Vectis sich befindet. Die pullt ihr einfach hier in den Kampf rein. Und erst wenn ihr sie hier im Raum drin habt, ich habe jetzt nochmal einen Pulltimer geschmissen, warum auch immer, ist es total sinnlos, weil wir eh im Kampf sind, pullen wir einmal Vectis und spielen Vectis einfach ganz normal runter. Und zwar müssen wir nämlich in den Punkt kommen, wo wir die Zwischenphase haben. Und zwar ist es so, dass wir das Ganze hier mit einem 3-Tank-Setup spielen. Wir haben einmal einen Michael-Striert-Tank, dann noch einen DH-Tank. Tanks sind hier vollkommen egal, welcher was nimmt und spielen einfach den Fight ganz normal runter. Heißt, zwei Tanks spotten sich hier und her und haben dementsprechend auch das Add hier. Und der dritte Tank, den seht ihr hier hinten, über meiner Buff-Leiste so ein bisschen, und der tankt einfach diese Matronin auf. Die hat nicht ganz so viel Life, vor allem wenn ihr das im Normal macht, also haut sie nicht zu schnell runter. Die wird einfach nur aufgetankt und quasi dort abgestellt. Wir müssen nämlich den Fight jetzt so lange spielen, bis wir die Zwischenphase haben. Seid ihr jetzt eine Gruppenausstellung, die sehr, sehr, sehr viel Damage hat, dann müsst ihr aufpassen, ihr braucht die Zwischenphase. Damage den Boss nicht zu schnell runter mit einer normalen Gruppe, sollte das nicht das Problem sein. Und zwar müsst ihr nämlich in der Zwischenphase den Mob, wie ihr hier gerade seht, in diese kleinen Kreise reinziehen. Und ja, sie muss quasi getroffen werden von den Kreisen. Und sobald sie getroffen ist, verwandelt sie hier so ein bisschen in die Gestalt. Und dann müsst ihr einmal draufdamagen, sie umdamagen und dann den Boss töten. Wobei, ich glaube, ich müsste sie, glaube ich, nur infizieren. Ihr müsst sie, glaube ich, theoretisch nicht mehr töten, aber wir haben sie sicherheitsweise einfach umgebrezelt. Dann danach den Boss noch umgebrezelt, Achievement eingefahren und das war es auch. Mehr ist es nicht, ist wirklich eins der aller leichtesten Achievements. Ich kann euch auf jeden Fall raten, macht das mit drei Tanks. Wenn ihr nämlich diese Kriegsmatronen mit beim Boss tankt, habt ihr einfach das Problem, dass die viel zu schnell stirbt und dementsprechend habt ihr leider nur eine. Und dann werdet ihr die Problematik haben, dass ihr Achievement nicht machen könnt. Ja, das war es mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst könnt ihr noch weiter auf meinem Kanal rumgucken. Vielleicht findet ihr was. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.